Badges sind digitale Bestätigungen in Form eines Bildes mit integrierten Zusatzinformationen, welche dir bestimmte Leistungen bescheinigen. In unserem Fall bescheinigt dir iMOOX mit einem Badge, dass du bestimmte Leistungen im Zuge der Absolvierung von Kursen erbracht hast. Diese Badges kannst du lokal auf deinem PC oder online in sogenannten Backpacks sammeln, ordnen und über diverse soziale Netzwerke teilen. Mit wem du welche Badges teilst, bestimmst einzig und allein du. Der aktuell am weitesten verbreitete Backpack ist jener von Mozilla und nennt sich Mozilla Backpack. Du erreichst ihn unter folgender Url. Es gibt zwei verschiedene Arten von Leistungsbestätigungen. Ein Badge-Typ ersetzt die bisherige Teilnahmebestätigung, welche dir bescheinigt, dass du all die geforderten Leistungen eines bestimmten Kurses erfüllt und somit sozusagen den Kurs erfolgreich absolviert hast. Den zweiten Typ von Badge erhältst du bei erfolgreicher Absolvierung eines Self-Assessments, den Quizzes eines Kurses. Die Anzahl an Quizzes, die du bestehen musst, um die dazugehörigen Badges zu erhalten, hängt stark vom jeweiligen Kurs ab. Wenn du rechts oben im Hauptmenü von iMux.at mit dem Mauszeiger über deinen Namen fährst, dann öffnet sich ein Dropdown-Menü mit dem Unterpunkt Auszeichnungen. Hier siehst du, welche Badges du von verschiedenen Kursen bereits erhalten hast. Direkt unter jedem Badge befindet sich ein Download-Symbol. Klickst du darauf, wird dir der dazugehörige Badge zum Download angeboten. Speichere die Datei auf deinem Rechner, navigiere in deinem Browser auf die Website deines gewählten Backpacks und lade den heruntergeladenen Badge mit Hilfe des Upload-Buttons in den Backpack. Im Falle des Mozilla Backpacks besteht die Möglichkeit unter Collections, deine Badges in einzelnen Sammelboxen aufzuteilen, die du dann unterschiedlich teilen bzw. der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kannst. Bei den Backpacks ist allerdings zu beachten, dass die E-Mail-Adresse, die du zum Anlegen deines Backpack-Kontos verwendest, unbedingt mit der deines iMux-Kontos übereinstimmt. iMux stellt dir nämlich die Badges auf die E-Mail-Adresse deines Kontos aus und signiert diesen Badge anschließend. Damit der Backpack die Signatur überprüfen und somit den Badge verifizieren kann, müssen die E-Mail-Adressen übereinstimmen. Wenn du mehr über Badges erfahren möchtest, helfen dir die folgenden Seiten sicherlich weiter.